So, eine kleine Name-Quest brauchen wir noch und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der Mission 1.10 mit einem anderen Namen. In der letzten Folge haben wir Find und Schiel den Karren. Der Karren ist auf dem Weg vom sowjetischen Markt zum FC Arsenal. Nein, zum FC Arsenal. Zum Arsenal. Entschuldigung. Nein, was anderes war jetzt nicht so gemeint. So, in der letzten Episode, was haben wir in der letzten Episode gemacht? Genau, den komischen Typen da und seine... Da ist er. Mercedes ist heute noch Level 18 zu erreichen. Das wäre total toll, wenn wir das schaffen würden. Und... Und... Phenotene Karren, okay. Da ist er noch. Haben wir Feinde noch hier? Ein. Zwei, drei, ja, zehn, 15, warum nicht? Gut, Tor drei machen wir ein bisschen auf. Hoppala, komm mal her! Der Donner Level 18... Dräng dich um! Dräng dich um! Oh! Noch mehr, oder was? Noch mehr, oder was? Wow! Okay, das waren dann zwei, drei noch zu viel. Pff! 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 Halt! Bleib schnell! Diese zuhne.. Ich ruf dich raus, fahr still! Das hättest aber auch nur du. Wo sind die Leuchtfeuer unterwegs? Ja, ich muss weitermachen, weil die Mission sonst abhaut. Ähm, geil. Ich kann doch nicht mehr was machen. Ja, ich kann doch nicht mehr was machen. Ich schlitze dich auf. Ich bin die Karin zum Priester. Dann machen wir das nochmal glatt. Wir müssen da hin. Das ist das Tolle. Wir müssen wieder den ganzen Weg zurück, weil wir müssen eigentlich voll durch das Feindesquiet durch. Das ist eigentlich total toll sinnfrei. Aber die interessieren sich gerade nicht. Gut, das ist dieses Arsenal. Das heißt, die ganzen Feinde, die wir damals getötet haben, sind ja durch unseren Tod gespawnt. Nein, nein. Ich nix halt, ich nix halt. Ja, geh mal weg da. Ja, geh mal weg da. Wobei die uns gerade gefühlt sogar egal sind. Wo sind wir denn da noch hin? So, bis wir da rein. So, bis wir uns ja abgeschlossen. Wo ist der Priester? Du. Ein Karren Lebensmittel. Wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Zenny, ist nur, als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Quest abgeschlossen und wir erreichen Level 18? Fragezeichen? Ja, wir erreichen über 18. Wie gesagt, eigentlich haben wir theoretisch noch den Philakitai, der da hier so rumgeistert. Das ist die Faust. Was ist denn der andere Kunde? Und wir haben noch zwei Level, ne? Dann hätten wir den auch sowieso schon. Aber wo ist denn der Typ? Was ist denn? Ach, da unten läuft der gleich. Der geistert ja hier rum. Der geistert ja hier rum. Der geistert ja hier rum. Eigentlich könnte man ja jagen. Wir sind nur noch zwei Level, ne? Wie gesagt, das ist halt so. So, wir haben heute den Fähigkeitspunkt. So, dann machen wir das mal kurz. Dann haben wir uns Krieger ausgerüstet. Hör mal. Reiterisch können wir ja... Jetzt gerade... Wir sind ja unterwegs hin. Was kommt denn mit dem Schiff oder? Ne, zu Fuß ist er. Wir sind ja Level 18 mittlerweile. Wir haben noch zwei Level. Kriegen wir uns soweit? Jetzt. Vielleicht müssen wir uns ja töten können. Der reißt ja jetzt da oben lang, ne? Wo ist denn der? Der muss ja ganz, ganz schnell sich reißen können. Ich versuch, würde ihn ja gar nicht finden. Dann hätte ich wenigstens weg. Bull right! Mit SHE shirt! Keher. 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 Hier schießen Sie zuerst und fragen dann. Ich weiß nicht, wo der jetzt lang geht, wenn ich den natürlich kriegen würde. Ja, sag ja, der ist Level 20, eigentlich theoretisch möglich. Das Problem natürlich, es hängt ja jetzt da übelst in dem Dings drin. Wenn der nämlich nicht hier drin hängen würde, sondern woanders, wäre es kein Problem. Scheiße, ich wollte gerade mal eine Fähigkeit einsetzen. Was ist denn jetzt hin? Bestimmt wäre es ein Stück weit rausgegangen, ne? Natürlich hätte ich es jetzt wieder wollen lassen. Ich würde dich eigentlich jagen und töten, mein Freund. Ich würde dich eigentlich gerne töten. Wo ist der jetzt hin? Also ich weiß, dass der jetzt immer vom Level her auf... Wo ist der denn hin jetzt hin, äh, der Typ? Hier unten, ne, oder? Da ist der, wäre der jetzt. Ja, theoretisch hätte ich nicht so gerne mitgenommen, den Typen. Ja, ich kann es finden. Oh. Ja, ja, ja. Da hast du dich bei Freunden bei dir heute. Das heißt, der Nachteil ist, du reitest jetzt. Oh. Du sollst jetzt eigentlich nicht ganz weglaufen, Kollege. Ich bin ja nicht. Ja, natürlich haust du jetzt ab. Ihr seid einfach so, mach ich noch. Wir gehen mal auf die Axt, weil die schneller ist. Du bist viel zu schnell, Kollege. Dich hätte ich gerne mitgenommen, ey. Das ist nicht wahr, dass der so schnell ist. Ich glaube, ich raten muss, der ist jetzt wieder da so lang. Ich muss was anderes machen, ich muss meine Fähigkeit ausrüsten. Ne, Quatsch. Ausrüstung, das ist richtig. Die Axt nimmt mich mit. Die haben jetzt halt auch gegen den Papst geholfen. Wie gesagt, nein, nein. Ich bin viel zu lange an der Quest dran, ey. Ich bin an der Folge dran. Ich bin sehr weit, ey. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich. Und dann ist der Grund an der Hölle. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR wie schnell bist du alter so jetzt muss ich diese komische stadtort stausen die hier geschichte so der ist wahrscheinlich jetzt wieder über alle berge und der war blöde frage wo ist ja ich werde jetzt nicht noch mal nachgehen nein wo ist der jetzt hin renntere tisch der kollege sie jetzt gerade nicht eine frage werde ich jetzt immer wieder jage ja der habe jetzt wieder ein bisschen was verloren an energie ja wenn er einmal nicht lange das ist dann kann ich nicht raus dass der nummer sind der 10 jetzt hin dieser jetzt weg ist er ja nicht aber wo ist der 10 hier war ja zuletzt aber theoretisch müssen wir hier sein oder mehr ich will der kollege auch nicht mehr naja gut ich werde trotzdem die folge wir sehen uns dann wieder morgen wird wahrscheinlich um jetzt wird auch hier sondern dass die komische faust und der andere handel naja wird schon wie sein bis dahin und tschüss bei let's play ist jetzt ein skript auch jetzt aber so ja 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 Vielen Dank.